So gehen die Gauchos, die Gauchos, die gehen so Das entspricht genau der Theorie, die die Soziologie hat von der Eigengruppe und der Fremdgruppe wo dadurch, dass man gegen eine Fremdgruppe Affekte mobilisiert, die Eigengruppe umso dichter zusammenschweißt und andererseits die Eigengruppe zusammenschweißen muss, damit sie ein wirksames Instrument im Kampf gegen die Fremdgruppe ist Ich glaube man muss, um das zu verstehen, daran erinnern, dass die Menschen, die also auf dem Sportfeld zuschauen und zwar in allen Ländern, das ist eine ganz internationale Sache, sich gegen die Fremdgruppe also einfach gegen das ausländische Team, gegen die ausländische Mannschaft sich in einer Weise benehmen, die den einfachsten Anforderungen der Gastfreundschaft wie sie im privaten Umkreis immer noch gelten, aufs krasseste widerspricht das heißt also, dass man prinzipiell dem Geist nach bei Sportveranstaltungen einfach fremdenfeindlich ist überall und darüber die Gastfreiheit effektiv ist